Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband Florismod. Wir sind jetzt noch in der Wüste und gehen wieder nach... Ja, einfach nach Kanada Kergit. Wir haben ja relativ schwer gehabt jetzt noch am Anfang. Müssen unbedingt Leute anhören. Und ähm, ja, der Kanada Kergit ist mit Saldische Sutern halt jetzt befremdet. Okay, ähm, ich möchte gerne ein Dorf haben. Gehen wir noch kurz in dieses Dorf. Ich mir den Passerrand nieder, ähm, anhören. Okay, 5 from foraging, 85 days left. Okay. Also nach 85 Tagen haben wir Nahrung. Und wir haben eine Nahrung verloren. Jetzt. Sehr gut, dass jetzt das alles beschrieben wird. Ähm... Ja, wir müssen jetzt also auf Regen schauen, weil irgendwie hab ich da gelesen, dass das Regen die Pferde schlechter machen. Okay. Das heißt erwartet bekommen. Ja. Oh. So viel. Okay. Habt ihr irgendwelchen Auftrag? Ich möchte unbedingt Aufträge haben. Ja, sorry. Das Spiel ist irgendwie ein bisschen langsam beim Laden manchmal. Ja. Kann man doch nicht viel machen. Das Pferd. Haha. Nein. Scheiß, Quest. Das ist die Pferde... äh, äh, die Pferde-die-Rinde-Quest. Gut. Wir müssen hoffen, dass wir wieder nach... Wie heißt das jetzt? Ah, Tulga, genau. Nach Tulga kommen, ohne... Banditen zu treffen. Dostubil. Da können wir vielleicht hin. Also scheinbar hat jemand irgendwie ein... Ding von uns genommen. Okay, das ist Violet. Nela Kessel, könnte das sein. Naja. Ich weiß nicht, was es war. Das heißt eher Preis. Irgendwie so etwas. Das war nur Farmer. Was habt ihr denn? Toll. Was habt ihr denn? Oh, Beef. Okay, Manhunders. Wieso ist das irgendwie ein bisschen rein? Die sollen das lieber drüber bauen. Nicht in den Boden reinbauen. Gut. Aha. Elf waren wir. Naja, Jungfrauen. Ich bin eine Jungfrau. Oh, yuh. Oh, genau. Oli. Tausendfünfundfünfundfürenundfüren. So wie das Whisky hier? Nein, sie sind sowieso mit Hämmer bewaffnet, ne. Moratiduslawia. Wir haben nichts. Duncan Alva. Hoppla, sorry. Voll die Allergie in mir jetzt gerade. Hm, du hast irgendwas, ne. Ja, das gleiche. Aha. Jetzt werden sie auf die Fresse. Ok, ich muss... Oh, eine Flagge dran. Swing Damage. Ah, Green Pattern Bow. So viel Damage. Das wurde ja irgendwie gebufft, scheinbar. Es gibt jetzt viel bessere Bögen, ne. Also Kessel. Muss uns auch angucken. Aha. Ja, du hast von mir noch nicht gehört. Ich bin ja auch ganz, ganz neu. Okay. Die brauchen nie Quests. Wir haben wahrscheinlich... Nein, wir haben nicht zu wenig, oder? Gehen wir zu ihm. Die sehen alle so mega prächtig aus irgendwie. Voll genial. Lol, soll ich mich schon anschließen? Ach komm. Aber ich... Ich habe ja dann nicht ganz so viel, ähm... Ach komm. So. Ah, minus 40 zu... Und Wegear auch minus 40, okay. Was war denn? Und Wegear. Boah. Jetzt darf ich... Muss ich schauen, dass ich nicht das Banner überspringe. Im Hauptspiel. Let's play. Hm. Farwell. Hm. Jetzt muss ich doch zu dem gehen. In der Traverne. Wo war denn der? Beziehungsweise ist der? Hä? Kann man hier rein? Also Türen ist nicht das Hauptgebiet dieses Spiels, hä? Und dafür auch keine Türen. Das ist doch der. Wir haben nur 3, aber wir haben noch eine zur Verfügung. Von den Dingen, hä? Okay. Ich hab nur. Kudan heißt, bin besiegt bei Wanktonio auf der Kanaka. Kudan ist irgendwo oben, hä? Das ist das Berg-Teil. Und zwar das da. Da. So weit runter. Heftigst. So, jetzt machen wir's aber, hä? Das muss ich mal kurz speichern. Sonst, wenn ich das Banner bekomme und... Ähm... Banner... So. So. Okay. Da ist ein grosser Stab, hä? Gut. Da sind sie schon. Band of Robbers. Band of Robbers. Bank Robber. Hahaha. Neues Season. So cool, dass wir den haben, hä? Die Schere muss schon haben. Mega gut. Ja, jetzt muss er nur noch hochkommen, sonst kann ich ihn nicht treffen. Ich muss unbedingt Bogen trainieren, das ist so wichtig. Headshot. Bogen-Ski-E-N. Haha. Ich habe im Bogen-Ski-E-N. Okay. Hättet ihr doch richtig übersetzt. Mit einem SS. Das Doppel-S, so ist er irgendwie ein bisschen blöd. Auf den restlichen Ländern dieser Erde braucht man Doppel-S nicht. Let your hero select gear from the item pool. Das machen wir lieber selber, hä? Toll, jetzt kann man hier alles einstellen und ich... Du nimmst ein Handwerfen. Nichts mit Ding, hä? Ähm, Upgrade-Armor. Machen wir noch nicht, gell? Das machen wir selber. Und... Also alles left. Ja, jetzt habe ich nichts bekommen. Ja, weiter upgraden. Kerkitseret. Was hast du Bogen? Sorry, Milnet. Ceremus. Was hast du jetzt eigentlich dir genommen? Lasst uns reden über Bücher. Gut. Was willst du machen? Tell me about the condition. I had to read no books. I am not reading any books now. Der kann wirklich reden. Ja, nevermind. Ich zunehm. Hm. Ja, er hat eben auch diese... Inventory-Management. Wieso? Inventory-Management? Das geht ja irgendwie gar nicht. Oder geht das plötzlich bei denen? In diesem Ding. Also du hast... Ähm... Ja, das ist deins. Da sind wir noch den normalen, hä? Du hast jetzt ein Inventar. Sehr gut. Und hast mir einfach alles weggenommen. Sehr schlecht. Ja. Toll, weißt du? Sehr gut. Aber... Ich muss dich zuerst ausrüsten, hä? Ähm... Ähm... Hallo, ich will dich ausrüsten. So. Du bekommst... Also ich bekomme mal das. Und du bekommst das. Den Helm bekomme ich. Ne, der bekommst du. Schwingen... Ähm... Bekommst du. 20. Ach komm. Da kommst du Köhle von mir. 22. 22. Haben wir beide gleiche Äxte. Aber ja, nicht das nehmen, hä? Ja, nicht, äh... Metei Fox nehmen. Tch. Okay. Prima. Jetzt tue ich noch mich leveln. Ähm... Ich brauche auf jeden Fall... Ich brauche auf jeden Fall... Ich brauche auf jeden Fall... Ich brauche Trading... Zwar Party... Ja, das mache ich nicht. Wendigkeit... Waffen Master... Und Stärke... Power Strike... So... Ich brauche mehr Bogen schießen... Das ist am dringendsten... Und ein bisschen einhandwerfen... So... Prima, prima, prima... Da wir ja die Turniere selber bestimmen können... Tun wir da einfach mal ein paar Challenges hin... Aber... Machen das so... Dass wir, ähm... Ja, schon mehrmals einhandwerfen machen... Oder Bögen... Ich finde Bögen ist schon recht cool... Nur mit Bögen oder haben... Du gehst einfach durch... So... Jetzt tue ich mal, ähm... Bogen rausnehmen... Und da ja angreifen... Zum Grunde ist es nicht so schwer... Also... Ja doch... In... Ding ist es sehr schwer gewesen... Vanilla... Ich sehe fast nichts... Diese Schrede ist extremst... Ja... Ich muss nicht zurück... Ich werde angegriffen... Von jeder Seite... Irgendwie ist die Karriere ein bisschen dumm... Ja, wo seid ihr denn? Da oben... Seid ihr alle da oben? Das wird nichts... Das wird nichts... Nein... Ich hab zu spät... Nein... Ich hab zu spät... Boah... Das ist viel schwerer... Irgendwie ist das Kampfsystem ein bisschen anders... Ich kann nicht mehr so... Einfach... Schwingen... Ich sehe nachher... Richtung messen... Kann ich nicht mehr so lang... So schnell... Geht immer dorthin... Ich muss hier oben... Wache halten... So... Das steht jetzt 100%... Das wird jetzt auch angezeigt... Wunderbar... Das ist eigentlich... Äh... Mountain Blade... Zwei... Im Bannerlozean... Hier erscheint... Ich hoffe, dass sie jetzt den Streit bald weg haben... Da oben ist noch einer... Okay... Aber es ist richtig schwer... Alles zu finden... In dieser Dunkelheit... Aha... Jetzt gehen plötzlich alle wieder hoch... Hä... Was macht ihr denn? Zeig mir mal den Weg... Ich habe doch keine Mini-Map... Map... Der allweisende Map-Button geht nicht... Hä... Dort unten... Und jetzt? Ja... Ist er da drüben... Ah... Da ist jetzt einer... Ja genau... Er kann mit einem Dolch... Die Axt abwehren... Thank you... Aha... Das muss ich dann wählen... Dann haben wir mal etwas Besseres... Ist einhändig... Speed... Eigentlich mal was Gutes, hä... Prima... Also... 26... Plus 8... Slaven... Also... Sklaven... Sachen... Ja... Gut... Wir haben Sklaven-Sachen angezogen... So... Einige Soldaten können befördert werden... Ah... Der Malet... Der überlebt hat... Ah ja... Aha... Schon richtig gut... So... Jetzt gehen wir zurück... Wir dürfen einfach nicht zu den Banditen... Oder zu den... Deserteilen... Hm... Der da? Okay... Prisoner... Ja... Das ist die Prisoner-Mission... Ja... Ich bekomme Minus... Nur weil ich die Mission abgelehnt habe... Puh... Leg mich nicht auf... Du nervst... Aha... Okay... Er schießt mich da noch ab... Irgendwie ist es halt auch schwer wegen der Grafik... Da richtig... Zu treffen... Ich sehe überhaupt nichts... Nichts... Das ist mega negativ... Ah... Jetzt kann ich immer mal den Tool rein... Oha... Gut... Ähm... Der da... Okay... Haha... Also scheinbar sind das die Bösen... Also die Wachen sind Böse... Ah... Das sind Böse... Immer die Böse aussehen sind die Bösen... Aber wie sie se... Ah... Also die Bösen sind einfach böse Wachen... Die sehen nicht aus wie die Wachen... Ja... Ich habe keine Chance anzugreifen... Das hätten sie auch besser machen in diesem Mod können... Wenn sie überhaupt das... Schaffen... Einfach ein bisschen... Glaubwürdig... Also... Dass man einfach... Sieht, dass die Gegner halt auch... Äh... Die Mitspieler auch ein bisschen... In Deckung gehen... Aber wenn alle so dumm herumschauen... Ist es ja nicht so... Leicht... Ja... Tschüss... Was hast du für eine schöne Wohnung... Ach... Kohl zu essen... Hast du ein bisschen Kohl... He... Kohlkopf bist du... Ein kleiner Kohlkopf... Hm... Es ging mir nicht so gut... Und jetzt ist er abgehauen... Fertig... Also... Guts... Wir brauchen... Günstiges Brot... Also... Wegwerfen... 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 Einfach alles... Zum Shop reinwerfen... Chicken... Sowieso... Es... Geht einfach kaputt... Schieß... Die anderen hoch... So... Mit dem Geld kaufe ich mir jetzt... Die Großen... He... He... Ah... Ich greife... Äh... Ich gehe in eine andere Stadt... Und kaufe mir besser... Aber die Frauen haben ihn mich... Sowieso mal haben... Ja... Ja... Du bist der Daga... Allburg... Gass ist noch lange... Und du siehst... Das unter Belagerung... Ich finde es cool, dass sie alle Chinesen jetzt sind... Sonst waren sie ja nicht alle so... Oder Chinesen... Wie die meisten Deutschen sagen... Ob es heißt Chinesen... Ada... Gehen wir nach... Ada... Ah... Nach... Ada... Hä? War das in der zweite... Ada-Column... Wir müssen sowieso noch dort oben... Ok... Nein, ich steppe mal hinein... Ja... Geh weg... Geh weg... Hilf mir doch einer... Jemand muss mir doch helfen... Gehen eben die Scheiß... Minzen... Sind sie natürlich wieder das Banditen... Lager dort... Hä? Ok... Da... Bekommen sie... Er... Gefangene... Jetzt bekomme ich viel zu viel Poste über... Wahnsinn... Ah ja, ich bin ja Level Up... Oh, das hätte ich früher machen sollen... Hm... Was... Soll ich jetzt machen... Inventory Management... Das ist die Intelligenz... Inventory Management... Und Lettership... Muss ich dann hochstufen... Ja... Nicht genug Charisma... Hm... Dann nehme ich noch... Horse Ashery... Ach komm... Ach ich noch Armbrust... Irgendwann will ich ja auch noch durch... Armbrust... Jetzt muss ich wohin... Ah, da... Ja... 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 Nochmal Steppenbanditen... Gut... Vages of... Ja... Vages... 36 Dinare bekomme ich... Durch das... Königreich scheinbar... Das wurde auch mal eingeführt... Dass man Taxes bekommt... Man bekommt wirklich alles mit... Wenn wir bei diesem Königreich sind... Was das Königreich so macht... So, jetzt bekommen wir ganz viel Geld über... Das Essen geht wieder... Schnell weg... Wir dürfen also in diesem Ort nicht allzu viele Leute haben... Das geht extremst aufs... Essen... Wir müssen irgendwas anbauen und dann irgendwie Geld... Bekommen... Also... Einfach das Essen bekommen am besten... Okay... Sie haben es ohne Krieg... Gut... Ja... Also wird uns das schwer sein... Es wird sehr schwer sein... Ich muss, glaube ich, dort hinten hin... Nach Tulburg-Kessel... Ja... Ja... Also... Ich muss da aufpassen... Ja... Jetzt hoffe ich, dass der dort ist... Sonst müssen wir halt... Im nächsten Part weiter machen... So viele Banditen hier... Ist ja klar, dass der... Nichts... Scheiße... Komm schon... Der Bart ist langsam lange... Da ist er da... Oder ein anderer... Nein, das ist ein Neuer... Nein... Also... Ja... Dann machen wir die Quest noch kurz fertig... Im nächsten Part... Also... Dalga Akadan... Dalga... Akadan... Wo ist denn der... Akadan... Da... Kudan... Jaja... Also... Dankeschön fürs Schauen... Bis zum nächsten Part... Euer Drago Wasser... Tschüss... ... Du... Ja... Ihnen... Dankeschön... We supply... Es ist der... Wenn... Er... Gap... Er... Er... Vielen Dank.